Nicht mit uns. Nicht mit uns Junge, wir sind Tag-Auf-Spieler, Alter. Du bringst uns um. Ey, du bringst uns um. Nein. Wo ist die Rakete hin? Ach hier, ich steh direkt daneben. Ey, Alter. Kack. Das ist doch so ein Mann von uns. Ach so. Du bist viel Guter, ey. Wir haben ja keinen, wir sind ja bloß zu zweien. Wenn du unten guckst, nehmen wir Map zu... Ich dachte, so würde ein anderer Spieler heißen. Nee, nee, das sind wir zusammen. Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Sense of Survivor wieder hier. Und heute gibt es ein erstes Video zu Battlefield 2042. Gemeinsam mit Klaus war ich unterwegs. Unser erster gemeinsamer Run. Und ja, wir haben uns übelst gefeiert und gute Kills gemacht. Leider haben wir irgendwie, oder ich habe es überhaupt nicht gecheckt, dass es eigentlich größtenteils nur die KI war. Klaus hat es irgendwann festgestellt. Ich bin aber froh, dass ich es relativ spät bis gar nicht gemerkt habe, weil so hatten wir noch absolut Fun in dem Spiel. Und ja, der blieb dann in den nächsten Spielen leider etwas auf der Strecke, weil dann doch echte Spieler im Spiel waren. Und gerade so die Fahrzeuge am Himmel, wie Hubschrauber, Jets und dieser komische Senkrechtstarter, meiner Meinung nach ein bisschen zu OP die ganze Geschichte. Stellenweise hattest du in manchen Sektoren drei Hubschrauber. Da hast du keine Chance, da kannst du nichts machen. Da kriegen die Feuern aus allen Rohren. Da gibt es keinen Morgen mehr. War in Battlefield 5, fand ich, ausgewogener. Da gab es Piloten, da hast du mit den Ohren geschlackert. Das war wirklich echtes Können sozusagen. Und hier finde ich es in Battlefield 2042 ein bisschen zu OP die ganze Geschichte. Einfach mal sehen, ist ja eine Open Beta an noch und vielleicht ändern sie ja hier das ein oder andere nochmal. Also ich finde das schon meiner Meinung nach ein bisschen zu krass. Aber wie gesagt, wir hatten viel Spaß dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und ja, wenn ihr mögt, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like da. Wir sehen uns bis dahin, euer Senzels. Tschüssi. Fährst du mit dem Auto spazieren? Nee, nee, nee. Können wir da rein schauen, wir beide? Ja klar, denke schon. Ja, okay, dann jetzt eins, zwei, drei. Ach so. Ich seh' dich doch in meiner Gruppe da unten. Du bist schon da. Ich bin im Auto, ja. Ach, du bist im Auto, ja. Und na gut, ich nicht. Ich hab so ne Flugabwehrkanone mit. Aber ich kann doch mal Medien mitnehmen, ne? Ja. Wow, 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 die Leute haben schon geübt, heimlich. Boah, wieso behält er die Waffeneinstellung eigentlich nicht? Ach so, bei mir schon. Man. Juhu. Oh, was ist das? Warum ist das? Warum ist das hier so wie eisbeschlagen? Das sind irgendwie, äh, was weiß ich, Sauerstoff oder so, der eiskalt rauskommt. Ah. Das tut doch, glaub ich, auch Aua. Ach so? Oh ja, das kann sein. Hab ich hier irgendwo nen Lebensball von mir? Gut, ich nehm C ein. Hehehe. Hehehe. Ah, Pistolenkill gemacht. Haha. Ich hab auch keine Muni mehr. Hast du Muni bei? Hier komm ich eben vorbei. Ja. Bist du da? Ne. Ne, ich bin weit weg. Was? Die Karte ist arg groß, ne? Ja. Hehehe. Ne. Ah, nebenbei nehm ich nochmal eben D2 ein. Obwohl ich keine Muni hab. Hol ich den Muni? Da. Und da kann ich ihn nehmen. Er schießt ja auch nicht. Nicht mit mir. C ist immer noch nicht eingenommen. Was ist hier los? So ein Gegenspieler. Sehr schön, wir nehmen C2 ein. C2 gehört uns. Ich lauf jetzt rüber. Ne, warte mal. Wo bin ich denn? Scheiße, wenn da nicht angezeigt wird. Wo du bist. Wo wollen wir hin, Klaus? Wollen wir hier mitfahren? Ja, fahren wir mit. Obwohl unten wird wieder gefeitet, ne? Ich hab's nicht geschafft. Ich bin nicht drin. Ja, ich auch nicht. Matze, C unten. Ah, okay. Na dann hin. Ich glaub hier oben nichts vor einer. Nein, doch nicht. Ich bin auf dem Gelände. Dieter, ich bin links neben dir. So, den hab ich weggemetert. Oh. Die sind oben, oder was? Ich hör aufs oben runterschießen, die Blöte. Ja, und ein Panzer ist hier unten. Oh ja. Hinter, hinter den Turm. Ja, ich weiß nicht, was ich gegen den Panzer machen soll. Nichtscht. Kann man nichts machen, ne? Oh, er hat mich gesehen. Macht schon Spaß, find ich. Ist schon... Und da ist der Panzer, ne? Ja, ja. Ja, ja. Scheiß Panzer, Mann. Was können wir da machen, Klaus? Ich hab nischt mit. Ich hab nur Handgranaten. Ja, die hab ich auch, aber da bauten sich viel, oder? Ne, glaub ich nicht. Der haut aber gerade ab. Oh, Sniper von rechts. Okay. Ja, einer ist jetzt hier. Ich hab den Sniper gesehen. Den hol ich mir, den Hund. Da hab ich schon den Schädel rasiert. Hier, wenn du Munition brauchst, ist hier. Ja. Ich wollte einen gerade dich abknallen. Hinter mir kommt gleich was. Oh, 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 oh. Der kriegst du das auch noch. Was da los? Nein! Ja, ich hab ihn noch erschossen. So, den mach ich auch schon in den Schädelrasier. Oh, der Panzer ist wieder da. Ah, so gefällt mir das schon wieder besser hier. Wir haben insgesamt 20 Kills gemacht. Ich hab ein Assist. Da hinten ist noch irgendwo einer. Minus. Sauber, sauber. Nicht mit uns. Nicht mit uns, Junge, wir sind Parkaufspieler, Alter. Wie sie angekommen sind mit ihrer Mistkarre. Ja, wir haben es auch. Klaus, wollen wir fahren irgendwie? Ja komm mal. Du fährst. Du fährst. Scheiße, du. Ich will nicht. Fahr du. Los. Rutsch rüber. Mach dich rein. Zuerst drin sitzt der Fahrer. Ja, schön. Sieht gut aus. Oh, durchs Geländer, sehr nice. Oh, wir wurden von links beschossen, Laub. Du bringst uns um. Ich bringe uns ein F. Ja. Oh, tötest du uns. Baum, 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 Baum. Da ist ein Baum im Weg. Komm mal, Gassi. Okay, lass uns raus. Wir sind da. Da vorne steht auch einer. Siehst du? Ja. Ich lauf rechts rum. Links, bin linker. Linker Hand. Ich hab Kontakt. Minus. Rechte Hand schießt noch einer. Minus. Okay. Ich glaube, links war noch einer. Noch einer. Minus. Ei, ich bin tot. Shit. Ich setz mich einfach ins Auto, vielleicht sieht man mich nicht. Das ist clever. Aber du kannst doch nicht schießen. Aber ich hab einen guten Rundumblick. Ja. Ey, was ist da los? Wieso verlieren wir Punkte, Mann? Wir erobern doch hier wie die... An uns kann das nicht liegen. Ne, ne, ne. Kann nicht sein. Wir erobern ja. Ja, da war einer noch rechts. Mist. Sie wollen uns unser F streitig machen, oder? Was wir gerade erobern haben. Ja. F. F. Die suchen mich. Ja, ich weiß. Ich hab dich gerecht. Sehr schön. Ich bin wieder da, Klaus. Greif die mal von hinten an. Ja, pass auf. Linke Seite von dir aus gesehen sind die. Ja. Bin wieder in der Halle. Okay. Was ist das? Keine Ahnung, ich fahr da mal rein. Achso. Hä? Ey. Ey, du bringst uns um. Nein. Weil es stand da auch immer von SOS. Ach ne, das ist auch vom Auto. Und dann noch dieses komische Gehupe. Schön umgang, aber langsam möchte ich mal wieder an Land. gut. Ah, ey. Sehr gut. Klaus, du bist ein bombastischer Autofahrer. Von hinten ran. Sehr nice. Oh, ey. Was ist das? Die Rakete startet. Die Rakete startet. Alter, später. Wo ist die Rakete hin? Ach, hier. Ich steh direkt daneben. Ey. Alter. Ich steh direkt daneben, sagt er, ja. Ich hab bloß dort in die Qualmwolke geguckt und dachte mir, kommst du endlich da raus? Oh, da warst du links neben mir. Ey, ich hab hier einen Bunker, einen Tunnel oder sowas entdeckt. Ich hab einen Tunnel, Klaus. Ich komm, ich komm, ich komm. Lass uns mal erforschen. Über uns ballern sie wie die Blöden. Kommen wir jetzt ins Feindesland? D2. Können wir D2 annehmen? Ja, das kann. Hier, was ist da vor uns, hä? Ach ne, es war ein Kumpel. Wir haben D2 erobert. Klaus, wir sind die Helden schlechthin. Da sind wir auch. Ja, und tja, gibt gar nichts mehr zu tun. Nur noch B. Links, links, pass auf, pass auf, da. Minus. Ich komm von hinten. Okay, das war der eine, glaub ich. Ach so, okay. I don't know. Ups, ich werd beschossen. Oh, von links, von links, von links. Ja. Boah. Eine Rakete. Ui. Sieben zu eins. Aber wo? Pfff. Alter. Hier wird noch geschossen. Ja, komm durch den Tunnel, oder? Hä, wieso kann ich denn nicht erschießen? Da sitzt du im Auto und seinem Kacken. Ja, aber ist doch so ein Mann von uns. Ach so. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das nicht gesehen. Ich dachte, ich hab nur Figuren gesehen. War jetzt nicht direkt ein D-Mate, aber... Ne, aber egal. Es war einer von uns. Aber ich hab's nicht gesehen. Da hat er kein grünes Zeichen über dem Kopf. Oder Türkis, oder wie man das nennt. Oh, hier fahren sie rum, die Feinde mit Mopeds. Zwei immer noch. Immer noch zwei. Wo? Drei jetzt mittlerweile, Klaus. Keine Muni mehr. Ich hab euch hier hingestellt hinter dem... Komm zu mir, Klaus, hier drüben. Ich bin nix von hier aus, glaube ich. Einer ist noch da. Ich hab nen Bot getötet, glaube ich. Der war so strunzendoof. Hahaha. So, das war's. Keiner mehr da. Hier ist Munition. Peter, so gefällt mir das auch schon genau. 25 Kills. Siehst du das? Du musst mal Shift-Taste drücken. Da siehst du die Übersicht. Wo siehst du? 25? Ja, da. Okay. Links siehst du unser Team und die ganzen anderen. Aber ich glaube, da sind auch die Dings mit bei, ne? Ey. Wir sind die Assassins. Wir sind gerade auch auf Platz 1. Gucht ihr das an? Wir sind die Besten. Wir beide? Ja. Wir sind auf Platz 1. Aber wegen unserem Teamkameraden, schätze ich. Nö. Na, der ist ja weg. Das zählt ja nicht mehr. Ne, ne. 40. 40 Kills. Ne. Ne. Das sind wir zusammen. Assassins. Oh. Achso, das sind wir? Ja, ja. Oder? Achso. Wir haben ja keinen. Wir sind ja bloß die zwei. Wenn du unten guckst, neben der Map. Ich dachte, so würde ein anderer Spieler heißen. Ne, ne. Das sind wir zusammen. Hahaha. Wann? Oh. 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 Alter. Ich brenne. Ich brenne. Ich bin tot. Da hinkt einer Treppe, einer Metalltreppe. Ich bin tot. Mösslich sind wir ein Tot nicht, mein Fat Tot. Er ist frisch gelandet und schon tot. Ey, was kann ich denn hier noch hin bauen? Ey, ich habe gerade hier irgendetwas ausgelöst. Ist noch Kontakt? Ja. Oder sind das Anzahl Soldaten, die da drunter gezählt werden, Klaus? Keine Ahnung. So, ich bin bei C1. Hast du Kontakt? Ja, aber Minus. Okay. Ey, wir haben insgesamt 56 Kills, aber guck dir das an. Wir sind Tiere, Mann. Wie schlecht sind die anderen? Und ich glaube, das sind wirklich Spieler, die drunter gezählt werden. Wenn die töten, wenn du respawnst, sozusagen, wird immer einer drunter gezählt wieder. Hast du? Nein. Gut, da treibt er auch Minus. Ja, hier sind aber auch viele Bots unterwegs. Ach so, meinst du? Ja, ja, ja. Das wird ja aufgefüllt mit Bots. Aber nur, wenn du nicht so viele Spieler fängst, oder? Ja, ja. Also, einige waren halt heute jetzt, also, das ist gerade eben so strunzendämlich. Sonst hätte ich nie so viele killed, Matze. Doch. Nein. Meinst du? Ja, aber ich zumindest. Ach, Quatsch. Guck mal, wir verlieren, Alter. Das können doch nicht alles Platz sein. Wie schlecht sollen dann unsere Spieler sein? Nein. Nicht, nicht, nicht. Nicht alle. Ja. Oh, die Musik wird schon wieder so gruselig. Du hast Musik an? Nee, die Musik im Spiel hier. Hörst du das nicht? Nee, ich hab Musik aus. Sauber. Ja, wir haben verloren. Oh, Matze, ich muss das auch essen. Stehe ich gerade fest. Okay. Na ja, dann geh essen. Meine Prinzessin hat mir gerade eine schöne Roulade hier hingestellt. Cool. Na ja, dann genieß es. Ich werde eine Zeit weiterzocken und werde schon mal live gehen jetzt, weil es funktioniert, wie es aussieht. Wie viel haben wir jetzt überhaupt gemacht? Waren wir jetzt erster, zweiter, dritter oder dritter? Ja, so, ja. Unerreicht sozusagen. Wir haben durch 60 Kills oder so. 60 Kills haben wir, glaube ich, insgesamt ja. Richtig geil. Ich vermisse bloß mal so eine komplette Übersicht am Ende. Ja, 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 ja. Wo man sich einen Creenshot vermachen kann. Hm. Vielleicht. Am Ende sehe ich es bald, dass ich... Ja, geh erst mal essen, Klaus. Geh erst mal essen. Lass es dir schmecken. Alles klar. Bis dann. Alles klar, bis gleich. Gut, tschüss.